Das wird ein bisschen schneller und das tut ihm ein Kilo ohne Waffen dann meistens sehr gut. Am Anfang machen wir eine Technik, die Koteka schweißt. Genau. Der Angriff heißt Zugang zu Ki. Das ist im Prinzip ein Bauchsturz, nur das diesmal Messer. Wir machen hier die Technik zweimal, zweimal langsam, also jede Seite und dann noch zweimal schnell, damit man so ein bisschen sieht, wie das alles im Ernstteil passiert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020